Eine Botschaft Gottes, die speziell und nur für Sie gemacht wurde. Machen Sie nicht den Fehler, sie zu ignorieren. Gott möchte alle deine Probleme lösen. In den letzten 30 Sekunden wird Gott alle ihre Fragen und Ängste beantworten. Meine liebe Tochter und mein lieber Sohn, ich komme heute zu Ihnen, um über ein Problem zu sprechen, das viele meiner Kinder plagt, das Aufschieben. Prokrastination ist der Akt des Aufschiebens oder Aufschiebens eine Aufgabe oder eine Reihe von Aufgaben. Es ist ein Dieb der Zeit, ein Zerstörer von Träumen und ein Hindernis für ihr spirituelles Wachstum. Im Buch der Sprüche sage ich, sagen Sie nicht, dass Sie es morgen tun werden, denn Sie wissen nicht, was ein Tag bringen wird. Dieser Vers lehrt uns, dass Aufschieben nicht nur töricht, sondern auch gefährlich ist. Wir wissen nie, was die Zukunft bringt, und wir können es uns nicht leisten, Zeit mit unwichtigen Dingen zu verschwenden. Aufschieben ist eine Sünde, weil es eine Form des Ungehorsams ist. Wenn ich dir einen Befehl gebe, erwarte ich, dass du ihm sofort gehorchst. Wenn sie zögern, sagen sie, dass meine Befehle für sie nicht wichtig sind, und stellen ihre eigenen Wünsche und Prioritäten über meine. Aufschieben kann auch zu anderen Sünden wie Angst, Stress und Schuldgefühlen führen. Wenn sie Dinge aufschieben, belasten sie sich selbst. Sie machen sich ständig Sorgen über Aufgaben, die sie noch nicht erledigt haben. Dies kann zu schlaflosen Nächten und einem Gefühl der Überforderung führen. Mein Sohn Der erste Schritt zur Überwindung des Aufschubs besteht darin, zu wissen, was sie erreichen möchten. Sobald sie klare Ziele haben, können sie damit beginnen, ihre Aufgaben zu priorisieren und sich auf die wichtigsten zu konzentrieren. Teilen sie große Aufgaben in kleinere auf. Manchmal kann der Gedanke, eine große Aufgabe zu erledigen, überwältigend sein. Dies kann zu Aufschub führen. Um dies zu vermeiden, teilen sie große Aufgaben in kleinere, besser überschaubare Aufgaben auf. Dadurch werden sie weniger entmutigend und erreichbarer erscheinen. Setzen sie sich Fristen, eine der besten Möglichkeiten, den Aufschub zu überwinden. Setzen sie sich selbst Fristen, das gibt ihnen ein Gefühl der Dringlichkeit und hilft ihnen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Belohnen sie sich für das Erledigen von Aufgaben. Wenn sie eine Aufgabe erledigt haben, belohnen sie sich für ihre harte Arbeit. Dies wird ihnen helfen, motiviert zu bleiben und das Aufschieben weniger attraktiv zu machen. Suchen sie Hilfe bei anderen, wenn sie Schwierigkeiten haben, den Aufschub alleine zu überwinden. Scheuen sie sich nicht, Freunde, Familie oder ihren Pastor um Hilfe zu bitten. Sie können Unterstützung und Ermutigung bieten. Denken sie daran, mein Sohn, ich bin immer bei ihnen. Ich helfe ihnen, den Aufschub zu überwinden und die Kontrolle über ihre Zeit zu erlangen. Vertrau mir einfach und gehorche meinen Befehlen. Im Philippabrief sage ich, ich kann alles durch Christus tun, der mich stärkt. Dieser Vers soll sie daran erinnern, dass sie mit meiner Hilfe alles überwinden können, auch den Aufschub. Also mach weiter, mein Sohn, und nimm die Kontrolle über deine Zeit. Nutzen sie ihre Zeit sinnvoll und tun sie die Dinge, zu denen ich sie berufen habe. Ich bin immer bei dir, bis ans Ende der Zeit. Mein geliebter Sohn, ich bin der Herr, dein Gott, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich bin es, der dich erschaffen hat, der dich genau kennt und der dich mit ewiger Liebe liebt. Ich habe dich beim Namen gerufen und du gehörst mir. Heute spreche ich zu dir, mein liebes Kind, mit einer Botschaft der Hoffnung, Heilung und Wiederherstellung, denn ich habe die Lasten gesehen, die schwer auf deinem Herzen lasten, die Fehler, die deinen Untergang verursacht haben und dir das Gefühl gegeben haben, meiner Liebe unwürdig zu sein. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich hier bin, bereit, dein Herz zu reinigen und deine Sünden zu vergeben, wenn du dich mir nur eröffnest. Du bist in meinen Augen kostbar, ein Meisterwerk, das ich selbst geschaffen habe. Ich habe dich im Schuss deiner Mutter geformt und die Tage deines Lebens vom Augenblick deiner Empfängnis angeordnet. Ich habe einen Plan und ein Ziel für sie, das voller Hoffnung und Zukunft ist. Ich weiß jedoch, dass der Lebensweg nicht immer einfach ist. Du warst mit Prüfungen und Versuchungen konfrontiert, mit Momenten des Zweifels und der Verzweiflung, die dich zu überwältigen drohten, und in diesen Momenten hattest du vielleicht das Gefühl, als hättest du versagt, als hättest du mich im Stich gelassen oder sogar meine Liebe verloren, aber ich möchte, dass du es weißt, meine Güte Sohn, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Meine Liebe zu dir hängt nicht von deiner Leistung oder deiner Perfektion ab, es ist eine feste, unerschütterliche, bedingungslose Liebe, egal was du getan hast. Egal wie weit du vom Weg abgekommen bist, meine Liebe zu dir bleibt dieselbe. Teilen Sie dieses Video gerne mit bis zu drei Personen, wenn sie das Bedürfnis nach Gottes Gegenwart verspüren. Ich bin kein Gott, der Fehler aufzeichnet, noch bin ich einer, der verurteilt und ablehnt, im Gegenteil, ich bin ein Gott der Gnade, der Barmherzigkeit und der grenzenlosen Liebe. Ich schaue sie nicht mit Verurteilung oder Verachtung an, sondern mit einem Herzen voller Mitgefühl und dem tiefen Wunsch, sie geheilt und ganz zu sehen und in der Freiheit zu wandeln, die ich für sie erkauft habe. Deshalb sage ich dir jetzt, mein Sohn, lass mich dein Herz reinigen. Erlaube mir, die Lasten und Fehler, die dich belastet haben, auf mich zu nehmen und sie durch meinen Frieden, meine Freude und meine Gerechtigkeit zu ersetzen, denn ich bin der Gott, der vergibt, der wiederherstellt und der alles neu macht. Die Last von Schuld und Scham kann so schwer sein. Ich weiß, dass du dich dadurch möglicherweise unwürdig und nicht liebenswert fühlst und dich nicht in der Lage fühlst, dich meinem Gnadenturm zu nähern, aber ich möchte, dass du weißt, dass diese Gefühle nicht von mir kommen. Es sind Lügen des Feindes, der alles Gute in ihrem Leben stehlen, töten und zerstören will. Er möchte, dass du glaubst, dass du nicht mehr von mir ernüßt werden kannst, dass deine Fehler zu groß sind, als dass ich sie verzeihen könnte, aber das stimmt einfach nicht. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass meine Gnade sie nicht bedecken kann, keine Übertretung, die so abscheulich ist, dass meine Barmherzigkeit sie nicht auslöschen kann. Ich habe meinen einzigen Sohn, Jesus, gesandt, um am Kreuz zu sterben, um die Strafe auf sich zu nehmen, die du verdienst, damit dir vergeben und wiederhergestellt werden kann. Dein Opfer war der ultimative Ausdruck meiner Liebe zu dir und es ist eine Liebe, die niemals versagen wird. Deshalb flehe ich dich an, mein Sohn, lass die Schuld und Schande los, die dich zurückgehalten haben. Erlaube mir, dein Herz zu reinigen, die Flecken deiner Vergangenheit abzuboschen und es mit den Hellen nicht meiner Gegenwart zu füllen. Wenn sie zu mir kommen und ihre Sünden und ihr Versagen bekennen, sehe ich kein kaputtes und unwürdiges Gefäß, ich sehe ein eigenes Kind, jemanden, der wertvoll und geliebt ist, jemanden, den ich für einen bestimmten Zweck geschaffen habe. Und dieser Zweck besteht nicht darin, in Schuld und Schand zu schwelgen, sondern mutig in der Freiheit und Freude meiner Erlösung zu wandeln. Ich weiß, dass der Weg, der vor ihnen liegt, vielleicht nicht einfach ist, es wird Prüfungen und Versuchungen, Schwierigkeiten und Ablenkungen geben, aber ich möchte, dass sie wissen, dass ich bei jedem Schritt des Weges an ihrer Seite bin. Ich werde dich führen, beschützen und dich befähigen, alles zu überwinden, was dir in den Weg kommt, denn ich bin der Gott des Unmöglichen und nichts ist zu schwierig für mich. Also erhebe dich, mein Sohn, und wandle in der Fülle meiner Liebe. Möge dein Herz mit meinem Frieden erfüllt sein, dein Verstand mit meiner Wahrheit und dein Geist mit meiner Stärke, denn ich habe dir keinen Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und eines gesunden Geistes gegeben. Ich habe dich zu einem Leben voller Fülle, Freude und Sinn gerufen. Wenn sie an Gott glauben, dann genießen sie das Video und hinterlassen sie ein aufrichtiges Amen in den Kommentaren. Lass dich nicht durch die Fehler der Vergangenheit belasten, lass dich vom Feind nicht davon überzeugen, dass du nicht mehr von mir erlöst werden kannst, denn ich habe den Preis für deine Freiheit bezahlt und dich in meinen Augen für vergeben und gerecht erklärt. Du bist eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen, also komm zu mir, mein Sohn, und erlaube mir, dein Herz zu reinigen. Lass mich die Tränen, die Schuld und die Scham abwaschen und sie durch meine Heilung, meine Wiederherstellung und meinen Frieden ersetzen, denn ich bin der Gott, der wiederherstellt, der erlöst und der alles neu macht. Ich weiß, dass die Reise, die vor ihnen liegt, vielleicht nicht einfach ist, aber ich verspreche, dass ich sie auf jedem Schritt des Weges begleiten werde. Ich werde dich niemals verlassen oder im Stich lassen, denn du bist kostbar in meinen Augen und ich habe dich in meine Handflächen eindraviert. Vertraue mir, mein Sohn, und ich werde dich durch die Dunkelheit ins Licht führen. Ich werde dich auf dem Weg der Gerechtigkeit führen und dir den Weg zu einem erfüllten Leben zeigen, denn ich bin der gute Hirte, und ich werde nicht ruhen, bis ich dich in Sicherheit gebracht habe. Komm zu mir, mein Geliebter, und lass mich dein Herz reinigen, lass mich deine Fehler vergeben und dich mit meiner Liebe und meiner Gnade erfüllen, denn ich bin ein Gott der zweiten Chance und meine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Ich bin der Gott, der die gebrochenen Herzen heilt und ihre Wunden heilt. Denken Sie inmitten ihres Kampfes daran, dass ich bei ihnen bin. Wenn dir das Gewicht deiner Last zu schwer erscheint, stütze dich auf mich, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wenn Zweifel und Ängste dich zu überwältigen drohen, halte an der Wahrheit meines Wortes fest, denn es ist eine Leuchte für deine Füße und ein Licht für deinen Weg. Ich, der Gott allen Trostes, werde meinen Geist über dich ausgießen, um dich zu stärken und zu unterstützen. Ich bin der Gott allen Friedens und ich werde ihr Herz mit einem Frieden erfüllen, der jedes Verständnis übersteigt. Ich bin der Gott aller Hoffnung und ich werde ihnen eine Zukunft und Hoffnung geben, auch in den dunkelsten Zeiten. Also komm zu mir, mein Sohn, und lass mich neue Arbeit in deinem Herzen tun, lass mich dich reinigen, dir vergeben und dir die Fülle des Lebens wiederherstellen, zu dem ich dich berufen habe. Denn ich bin der Gott der zweiten Chance und meine Liebe zu dir ist ewig. Vertraue mir, mein Kind, und du wirst die Ruhe, Heilung und Freiheit finden, nach der sich deine Seele sehnt, denn ich bin der Herr, dein Gott, und ich bin immer hier und warte darauf, dich zu umarmen und dich in das Leben in Fülle zu führen, das ich vorbereitet habe für dich. Wenn Sie möchten, dass Gottes Gnade eine Konstante in Ihrem Leben ist, eine ständige leitende Kraft, dann überlegen Sie bitte, unseren Dienst zu unterstützen, indem Sie auf die Schaltfläche Danke klicken. Ich weiß, dass die vor uns liegende Reise vielleicht nicht einfach sein wird, aber ich verspreche, dass ich sie auf jedem Schritt des Weges begleiten werde. Ich werde dich niemals verlassen oder im Stich lassen, denn du bist kostbar in meinen Augen und ich habe dich in meine Handflächen eingraviert. Also erhebe dich, mein Sohn, und wandle in der Fülle meiner Liebe. Möge dein Herz von meinem Frieden erfüllt sein, dein Geist von meiner Wahrheit und dein Geist von meiner Stärke. Ich habe dir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und eines gesunden Geistes. Ich habe dich zu einem Leben voller Fülle, Freude und Sinn gerufen. Lass dich nicht durch die Fehler der Vergangenheit belasten, lass dich vom Feind nicht davon überzeugen, dass du nicht mehr von mir erlöst werden kannst, denn ich habe den Preis für deine Freiheit bezahlt und dich in meinen Augen für vergeben und gerecht erklärt. Du bist eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen, also komm zu mir, mein Geliebter, und lass mich dein Herz reinigen. Lass mich die Tränen, die Schuld und die Scham abwaschen und sie durch meine Heilung, meine Wiederherstellung und meinen Frieden ersetzen. Denn ich bin der Gott, der alles wiederherstellt, erlöst und alles neu macht. Vertraue mir, mein Kind, und du wirst die Ruhe, Heilung und Freiheit finden, die deine Seele so sehr wünscht. Ich bin der Herr, dein Gott, und ich bin immer hier und warte darauf, dich zu umarmen und dich in das Leben in Fülle zu führen, das ich für dich vorbereitet habe. Mein kostbares Kind, ich bin es, dein Herr und Erlöser, Jesus Christus. Ich komme heute mit einer Botschaft zu ihnen, von der ich bete, dass sie ein Feuer in ihrer Seele entzündet und sie meinem Herzen näher bringt. Denn es ist mein tiefster Wunsch, dich, mein geliebtes Kind, zu lehren, in der Fülle meines Willens zu wandeln, ein Leben voller Sinn, Kraft und ewiger Bedeutung. Meine Kinder haben oft Schwierigkeiten, meinen Willen zu erkennen und den einzigartigen Weg zu verstehen, den ich ihnen vorgezeichnet habe. Sie sehnen sich danach, mir zu gefallen und im Gehorsam gegenüber meinen Geboten zu lieben, aber sie finden sich verloren im Labyrinth ihrer eigenen Wünsche, den Ablenkungen der Welt und den Täuschungen des Feindes wieder. Sie schreien, was ist dein Wille für mein Lieben, hier, doch sie erkennen nicht die leise, sanfte Stimme des Hirten, der sie Tag für Tag führt. Aber ich sage dir, mein Sohn, fürchte dich nicht, denn ich bin der gute Hirte und ich werde dich lehren, meinen Willen zu tun. Ich werde sie Schritt für Schritt zu dem Leben in Fülle führen, das ich versprochen habe, einen Leben voller Freiheit, Freude und ewiger Bestimmung. Alles, was sie tun müssen, ist, mir ihr Herz zu schenken, meinen perfekten Plan zu vertrauen und meinem Weg zu folgen. Geben sie Damen in die Kommentare ein und vergessen sie nicht, diese Nachricht mit bis zu drei Personen zu teilen, damit Gott ihnen helfen kann. Als ich in Menschengestalt auf der Erde wandelte, habe ich ihnen vor Augen geführt, wie wichtig es ist, ihren Willen mit dem Vater in Einklang zu bringen, seine Führung zu suchen und seinen Geboten zu gehorchen, koste es, was es wolle. Sogar im Garten Gethsemane, als die Last des Kreuzes schwer vor mir lag, schrie ich, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, in diesem Moment tiefer Angst und Hingabe habe ich gezeigt, was es im Wesentlichen bedeutet, nach Gottes Willen zu lieben. Denn du siehst, mein Sohn, der Wille des Vaters ist kein starres Regelwerk oder Beschränkungen, denen du dich widerwillig unterwerfen musst. Nein, der Wille des Vaters ist eine Einladung zum Leben in Fülle, ein Weg zu wahrer Freiheit und ewiger Bestimmung. Wenn sie ihr Herz mit seinem in Einklang bringen, wenn sie sich dafür entscheiden, ihm zu vertrauen und seinem Weg zu folgen, erschießen sie die Kraft und Ressourcen des Himmels, um in dieser Welt sie gleich zu lieben. Aber ich weiß, dass die Versuchung, seinen eigenen Weg zu gehen und den flüchtigen Freuden und vorübergehenden Fantasien dieser Welt nachzujagen, immer vorhanden ist. Der Feind würde nichts sinnlicher wollen, als dich aus den sicheren Grenzen meines Willens herauszulocken und dich mit seinen leeren Versprechungen von Autonomie und persönlicher Erfüllung zu verführen. Und oft fallen meine Kinder ihren Plänen zum Opfer, nur um dann verloren, entmutigt und geistig ausgelaugt zu sein. Aber ich sage dir, mein Sohn, lass dich nicht täuschen, denn ohne mich kannst du nichts tun. Wenn du nicht mehr im Willen des Vaters liebst, wirst du dich schnell überfordert, ängstlich und wirkungslos fühlen, wenn es darum geht, die Ziele zu erreichen, die ich für dein Leben habe. Aber wenn sie sich entscheiden, in mir zu bleiben und auf meinem perfekten Plan zu vertrauen, werden sie die Kraft, Weisheit und göttliche Ermächtigung finden, die sie brauchen, um siegreich zu lieben. Deshalb bin ich gekommen, um dich, mein geliebter Sohn, zu lehren, den Willen des Vaters zu tun, denn an diesem heiligen Ort der Hingabe und des Gehorsams, mein Sohn, halte das Video an und klicke auf die Schaltfläche abonnieren, um dich mir anzuschließen, das wirst du entdecken das Leben in Fülle, das ich versprochen habe, das Leben in Freiheit, Sinn und unerschütterlicher Freude. An diesem Ort der innigen Gemeinschaft mit der Göttlichkeit werden sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, der es ihnen ermöglicht, in der Autorität und Salbung zu wandeln, die ich ihnen durch meinen Tod und meine Auferstehung gesichert habe. Erinnern sie sich nicht an die Worte, die ich zu meinen Jüngern sprach? Wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird dir einen anderen Fürsprecher geben, der dir hilft und für immer bei dir ist, der Geist der Wahrheit. Diese Worte gelten heute für sie genauso wie für meine ersten Anhänger, denn durch die Kraft des innewohnenden Heiligen Geistes sind sie in der Lage, meinen Willen zu erkennen, im Gehorsam gegenüber meinen Geboten zu wandeln und die Fülle von allem zu erfahren. Was ich für dich erreicht habe? Ich weiß, dass der Weg des Gehorsams nicht immer einfach ist, mein Sohn. Es wird Zeiten geben, in denen der Wille des Vaters im Widerspruch zu ihren eigenen Wünschen zu stehen scheint, in denen der vor ihnen liegende Weg dunkel und ungewiss erscheint. Aber ich fordere sie auf, verlieren sie nicht den Mut, lassen sie nicht zu, dass die Ängste und Zweifel dieser Welt ihren Glauben erschüttern oder sie in ihrer Verpflichtung, mir zu folgen, ins Wanken bringen, denn ich habe die Welt bereits überwunden, ich habe mir bereits den Sieg gesichert, ich habe dir den Weg bereitet, in der Fülle meines Willens zu wandeln. Ich bitte sie nur darum, dass sie mir vertrauen, dass sie mir ihr Leben geben und dass sie mir erlauben, jeden ihrer Schritte zu leiten. In Momenten der Ungewissheit, wenn der vor uns liegende Weg ungewiss erscheint, werde ich ihr ständiger, unerschütterlicher Führer sein. Ich werde sie lehren, meine Stimme zu erkennen, die sanften Eingebungen des Heiligen Geistes zu erkennen und im Gehorsam gegenüber dem perfekten Plan des Vaters zu wandeln. Ich werde sie mit der Weisheit, dem Mut und der göttlichen Perspektive ausrüsten, die sie brauchen, um die vor ihnen liegenden Herausforderungen zu meistern. Vor ihnen. Denn du siehst, mein Sohn, der Wille des Vaters ist keine Last, die es zu tragen gilt, sondern ein Schatz, den es zu entdecken gilt. Es ist keine Einschränkung, die ihre Freiheit einschränkt, sondern genau der Weg zu einem Leben in Fülle, den ich versprochen habe. Wenn sie sich entscheiden, ihr Herz mit meinem in Einklang zu bringen und meinem perfekten Plan für ihr Leben zu vertrauen, entfalten sie das volle Maß meiner Liebe, meiner Gnade und meiner Kraft, die kraftvoll in ihnen wirken. Der Feind will nichts weiter, als sie in einem Kreislauf aus Angst, Zweifel und Selbstvertrauen gefangen zu halten. Er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um sie von der Sicherheit meines Willens wegzulocken und sie mit den leeren Reizen der Welt zu verführen. Lieber Sohn, wenn Sie unserem Dienst bei der Verbreitung der Botschaft Jesu helfen möchten, denken Sie bitte darüber nach, uns zu unterstützen, indem Sie über den Link in der Beschreibung und im angehefteten Kommentar spenden. Aber ich sage Ihnen, hören Sie nicht auf Ihre Lügen und fallen Sie nicht Ihren Plänen zum Opfer. Richten Sie Ihren Blick stattdessen auf mich, den Urheber und Vollender Ihres Glaubens, verwurzeln Sie Ihre Identität, Ihren Zweck und Ihre ewige Bestimmung in der unerschütterlichen Wahrheit meines Wortes und lassen Sie sich von mir Tag für Tag in der Fülle des Wortes des Vaters führen, denn an diesem heiligen Ort der Hingabe und des Gehorsams finden Sie den Frieden, der alles Verständnis übersteigt, die Freude, die nicht von Ihren Umständen abhängt, und die Kraft, sich allen Herausforderungen zu stellen, die auf Sie zukommen. Sie werden in der Autorität und Salbung wandeln, die ich für Sie gesichert habe, gestärkt durch die innewohnende Gegenwart des Heiligen Geistes und die großen Pläne, die ich für Ihr Leben habe, in die Tat umzusetzen. Das ist heute meine Botschaft an Dich, mein geliebter Sohn. Ich werde Dich lehren, meinen Willen zu tun. Ich werde Sie Schritt für Schritt zu dem Leben in Fülle führen, das ich versprochen habe, einem Leben in Freiheit, Sinn und ewigem Sinn. Alles, was Sie tun müssen, ist mir zu vertrauen, mir zu folgen und mir zu erlauben, Sie in die Fülle von allem zu führen, was ich für Sie bereithalte. Hab keine Angst, denn ich bin bei Dir. Lassen Sie sich nicht entmutigen, denn ich habe die Welt bereits überwunden. Richten Sie stattdessen Ihren Blick auf mich, übergeben Sie Ihr Herz dem perfekten Plan des Vaters und beobachten Sie voller Ehrfurcht, wie ich in und durch Sie mächtig daran arbeite, mein Königreich voranzutreiben. Die vor uns liebende Reise mag nicht einfach sein, mein Sohn, aber ich verspreche, dass ich Dich niemals verlassen oder im Stich lassen werde. Ich werde Dich mit der Weisheit, Kraft und göttlichen Perspektive ausstatten, die Du brauchst, um im Gehorsam gegenüber meinem Willen zu wandeln. Ich werde meinen Geist über Dich ausgießen und es Dir ermöglichen, siegreich zu leben, viel Frucht für mein Königreich zu bringen und andere zu inspirieren, dem Weg der Hingabe und des Vertrauens zu folgen, der zum wahren Leben führt. Wachen Sie also jeden Morgen auf, mein Geliebter, und bitten Sie mich, Ihnen meine Wege beizubringen. Suchen Sie das Angesicht des Vaters, lassen Sie den Heiligen Geist Ihre Schritte leiten und beobachten Sie, wie ich den perfekten Plan entfalte, den ich für Ihr Lieben habe. Ihr Beispiel wird ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit sein und diejenigen führen, die in Verwirrung und Unsicherheit versunken sind. Ihre Entschlossenheit und Ihr Wille werden der Motor sein, der andere dazu antreibt, ihre eigenen Ziele zu erreichen und ihre eigenen Herausforderungen zu meistern. Mit jedem Schritt, den Sie unternehmen, hinterlassen Sie einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen Ihrer Mitmenschen und hinterlassen ein Vermächtnis voller Inspiration und Stärke. Ihre Fähigkeit, Widrigkeiten mit Optimismus und Belastbarkeit zu begegnen, wird als Vorbild für diejenigen dienen, die sich von den Schwierigkeiten des Lebens überwältigt fühlen. Sie werden eine lebendige Erinnerung daran sein, dass mit Glauben und Ausdauer jedes Hindernis überwunden werden kann. Während Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg voranschreiten, werden Sie neue Möglichkeiten entdecken, in der Welt um Sie herum etwas zu bewirken. Ihr Engagement für den Dienst und Ihre Freundlichkeit gegenüber anderen werden Türen öffnen, von denen Sie nie wussten, dass sie existieren, und es Ihnen ermöglichen, das Leben auf eine Weise zu beeinflussen, die Sie sich nie hätten vorstellen können. Mit jedem Akt der Großzügigkeit und des Mitgefühls stärken Sie die Bindungen, die Sie mit Ihren Mitmenschen verbinden, und schaffen so ein Netzwerk der Unterstützung und Solidarität, das über die Zeit Bestand haben wird. Ihr Weg wird voller Herausforderungen und Prüfungen sein, aber auch voller Momente der Freude und Erfüllung. Bei all dem werden Sie an Ihrem unzerstörbaren Glauben festhalten, dass Gott einen Plan für Sie hat und dass jedes Hindernis, auf das Sie stoßen, Sie Ihrem ultimativen Ziel nur näher bringen wird. Mit jedem Sieg teilen Sie den Ruhm mit Ihren Mitmenschen und erkennen, dass wahrer Erfolg in der Fähigkeit liegt, das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Sie werden ein Mittel sein, durch das Gott sein Licht, seine Liebe und seine Ruhe auf der ganzen Welt verbreitet. Ihre Rolle in diesem Leben besteht darin, ein Kanal zu sein, durch den wirkliche Energie fließt und Botschaften der Hoffnung und des Mitgefühls mit sich bringt. Unterschätzen Sie nicht die Kraft, die in Ihnen steckt, das Leben anderer und das Gefühle der Existenz selbst positiv zu beeinflussen. Jede Handlung, die Sie unternehmen, jedes Wort, das Sie sagen, hat das Potenzial, eine Manifestation göttlicher Liebe zu sein. Sie müssen das Bewusstsein kritisieren, dass Sie ein Träger der Güte Gottes sind und entsprechend handeln. Durch Ihre Freundlichkeit und Ihr Verständnis können Sie selbst die dunkelsten Ecken der Welt erhellen und die Dunkelheit mit dem Licht Ihres Wesens vertreiben. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Rolle als Gottesbote anzunehmen, denn in dieser Aufgabe liegt Ihre wahre Größe. Denken Sie in Momenten des Zweifels oder der Unsicherheit daran, dass Sie von der unendlichen Kraft des Universums unterstützt werden. Vertraue darauf, dass jeder Schritt, den du machst, von einer größeren Kraft geleitet wird und dass jede Herausforderung, der du gegenüberstehst, eine Chance zum Wachsen und Lernen ist. Bleiben Sie fest in Ihrem Glauben und Ihrer Absicht und wissen Sie, dass Sie den göttlichen Plan für Ihr Leben erfüllen. Wenn Sie sich ganz dem Dienst Gottes hingeben, werden Sie zu einem klaren und reinen Kanal, durch den seine bedingungslose Liebe fließt. Möge Ihre Existenz ein Segen für die Menschen um Sie herum sein und in jedem Moment und an jedem Ort, an dem Sie gehen, göttliches Licht ausstrahlen. Wenn Sie bereit sind zu glänzen, schreiben Sie 555 in die Kommentare. Sie werden in eine tiefe und authentische Verbindung mit Gott eintauchen, seine Gegenwart wahrnehmen, seine Stimme hören und ständig seine Führung erhalten. Sie werden in der Lage sein, seine Signale, die Synchronicitaten, die es aussendet, und seine Manifestationen in Ihrem täglichen Leben zu identifizieren. Diese Verbindung wird dazu führen, dass Sie unzerstörbaren inneren Frieden, ein Gefühl der Vollständigkeit und eine unerschütterliche Gewissheit auf Ihrem Weg erfahren. Sie werden Trost in schwierigen Zeiten, Kraft in Widrigkeiten und Freude in den kleinen Dingen finden, die Sie umgeben. Darüber hinaus werden Sie neue geistige und emotionale Klarheit entdecken, die es Ihnen ermöglicht, die wichtigen Entscheidungen, vor denen Sie stehen, klug zu erkennen. Sie werden sich von einer göttlichen Kraft geführt fühlen, die Sie vorantreibt und Sie dazu inspiriert, Ihre höchsten Ziele zu erreichen und Ihren Lebenszweck zu erfüllen. Auf dieser spirituellen Reise werden Sie ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit dem Universum und allen Lebewesen entdecken. Sie werden zu einem Kanal der Liebe und des Mitgefühls, der den Menschen um Sie herum Licht und Freundlichkeit ausstrahlt und positiv zum Wohlergehen der Welt beiträgt. Letztendlich werden Sie im Einklang mit der göttlichen Absicht in allen Bereichen Ihres Lebens größere Zufriedenheit und Erfüllung entdecken und Fülle in Ihren Beziehungen, Ihrer Karriere sowie Ihrem körperlichen und emotionalen Wohlbefinden zum Ausdruck bringen. Sie werden zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung und Positivität und inspirieren andere dazu, Ihre eigene Verbindung mit dem Transzendentalen zu suchen und authentisch und vollständig zu lieben. Sie werden Ihre Dankbarkeit für alle Maßnahmen zum Ausdruck bringen, die in Ihrem Namen ergriffen wurden, und für alles, was noch bevorsteht. Du wirst seinen Namen, seine Größe und seine Stärke preisen. Sie werden seinem Plan, seinem Willen und dem Zweck, den er für Sie vorgesehen hat, vertrauen. In schwierigen Zeiten werden Sie seine ständige Präsenz an Ihrer Seite erkennen, die Sie mit seinem Licht führt und Ihnen in schwierigen Zeiten Kraft gibt. Sie werden Zuflucht in seiner bedingungslosen Liebe suchen und Trost in seinem Versprechen finden, Sie auf jedem Schritt des Weges zu begleiten. In Momenten der Freude und des Glücks werden Sie Ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit feiern und Ihre Dankbarkeit mit Ihren Mitmenschen teilen. In den Tagen des Wohlstands werden Sie sich daran erinnern, dass jeder Segen aus Ihrer liebevollen Hand kommt, und Sie werden sich verpflichten, ihn zum Wohl anderer einzusetzen. In Zeiten der Unsicherheit werden Sie seine Weisheit und Führung suchen und darauf vertrauen, dass er einen perfekten Plan für Ihr Leben hat. Am Scheideweg des Schicksals werden Sie sich Ihrer Führerin anvertrauen und Ihr Herz für Ihre Leern öffnen, wohl wissend, dass Sie nur in ihr den wahren Weg finden werden. Auf jedem Schritt des Weges werden Sie seine bedingungslose Liebe und grenzenlose Barmherzigkeit erkennen und sich über die Gewissheit freuen, dass Sie niemals alleine gehen werden, denn er wird immer bei Ihnen sein, über Ihr Wohlergehen wachen und Ihre Schritte dorthin leiten Ganzheit und Frieden. Gott behauptet, dass Sie in jedem Bereich Ihres Daseins Wohlstand erfahren werden. Sie werden sehen, wie Geld zu Ihnen kommt, sowohl aus vorhersehbaren als auch aus unvorhergesehenen Fällen. Ihre Gewinne und Investitionen werden vervielfacht. Sie werden Ihre Ressourcen klug verwalten und Ihre Ausgaben verwalten. Darüber hinaus wird ein Teil Ihres Erlöses für wohltätige Zwecke verwendet und hilft Menschen in Not. Ihre großzügigen Taten werden noch reichlicher belohnt, da das Universum Ihre Großzügigkeit auf noch größere Weise vergelten wird. Sie finden einzigartige Möglichkeiten, Ihren finanziellen Horizont zu erweitern und neue Erfolgsniveaus zu erreichen. Dankbarkeit wird Ihr ständig der Begleiter sein und es Ihnen ermöglichen, jeden Siegen, der in Ihr Leben kommt, zu erkennen und zu schätzen. Wenn Sie sich auf die Energie des Überflusses einstellen, werden Sie ein Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit erleben, das über den rein materiellen Aspekt des Reichtums hinausgeht. Ihr Leben wird voller Wohlstand in all seinen Formen sein, Liebe, Gesundheit, Beziehungen und persönlicher Erfolg. Jeder Schritt, den Sie unternehmen, wird von der Gewissheit erfüllt sein, dass Sie all die guten Dinge verdienen, die das Universum für Sie bereithält. Vertrauen Sie dem Prozess und bewahren Sie eine Haltung der Offenheit und Bereitschaft, sich den unendlichen Möglichkeiten zu stellen, die das Universum für Sie bereithält. Kultivieren Sie den Glauben, dass Sie das Beste verdienen und dass sich das Universum zu Ihren Gunsten verschworen hat. Mit jeder Entscheidung, die Sie treffen, und jeder Handlung, die Sie unternehmen, sehen Sie die Saat für Ihren eigenen zukünftigen Wohlstand. Denken Sie immer daran, dass der wahre Reichtum darin liegt, die Welt zu teilen und zu einem besseren Ort für alle zu machen. Wenn Fülle in Ihr Leben fließt, teilen Sie Ihre Segnungen mit Großzügigkeit und Demut und verlängern Sie so den Kreislauf von Wohlstand und Liebe um Sie herum. Sie werden Ihre wirtschaftlichen Ressourcen nutzen, um Ihre Wünsche und die Ihrer Lieben zu erfüllen. Sie werden ein Leben erleben, das von Wohlstand, Reichtum und Fülle geprägt ist. Mit Ihren Tickets können Sie Annehmlichkeiten und Luxus genießen und so eine erfolgreiche und stabile Zukunft für Sie und Ihre Liebsten sichern. Mit Weisheit verwalten Sie Ihre Finanzen effizient und investieren in Möglichkeiten, die langfristiges Wachstum und wirtschaftliche Sicherheit schaffen. Sie werden eine Denkweise des Überflusses entwickeln und Wohlstand in all seinen Formen und Erscheinungsformen anziehen. Ihre finanziellen Entscheidungen werden von der Vision einer erfolgreichen und nachhaltigen Zukunft für Sie und Ihre Familie geleitet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ressourcen zu erweitern und Ihre Einnahmen zu vervielfachen. Sie pflegen solide und vorteilhafte Beziehungen im Finanzbereich und arbeiten mit Menschen und Institutionen zusammen, die Ihre Wachstums- und Erfolgsziele teilen. Ihr Scharfsinn und Ihre Entschlossenheit werden Sie dazu führen, immer ehrgeizigere und lohnendere finanzielle Ziele zu erreichen. Daher engagieren Sie sich für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung und sind ständig bestrebt, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern, um sich an eine sich ständig verändernde Welt anzupassen. Sie sind offen für das Erlernen neuer Strategien und Techniken, die Ihnen helfen, Ihr Einkommen zu maximieren und Ihr Finanzmanagement zu optimieren. Ihr Engagement und Ihre Bemühungen werden Sie zu einer Referenz für Erfolg und Wohlstand für Ihre Mitmenschen machen und andere dazu inspirieren, Ihre eigenen finanziellen und persönlichen Ziele zu erreichen. Wenn Sie für Wohlstand empfällig sind, zeigt Gott an, dass Sie die Last des Leidens schon lange getragen haben, und dies mag endlos erscheinen, aber bleiben Sie standhaft, denn eine Welle unbeschreiblicher Freude nähert sich und umhüllt Sie. Das Universum ist mit Fäden der Liebe und des Wohlwollens durchwoben, und Sie, als Teil dieser riesigen Schöpfung, verdienen es, die Fülle zu erleben, die auf Sie wartet. Auch wenn schwierige Zeiten Ihre Sicht getrübt haben, vertrauen Sie darauf, dass das Licht immer seinen Weg zu denen findet, die es aufrichtig suchen. Jede Herausforderung, vor der Sie stehen, ist eine versteckte Chance für Wachstum und Transformation. Haben Sie keine Angst vor Hindernissen, denn Sie sind die Sprungbretter, die Sie zu einem tieferen Verständnis Ihrer eigenen Kraft und Ihres Potenzials führen. In der tiefsten Dunkelheit entsteht das Leuchteins der Erwachen. Ihr Glaube ist ein Leuchtfeuer, das Ihnen den Weg durch den Sturm beißt. Halten Sie mit Mut und Überzeugung daran fest und wissen Sie, dass jeder Schritt, den Sie vorwärts gehen, von der göttlichen Gnade durchdrungen ist, die Sie trägt. In der Stille deines Herzens wirst du die Kraft finden, alle Widrigkeiten zu überwinden, die dir im Weg stehen. Wenn Sie zulassen, dass Dankbarkeit Ihr Wesen durchströmt, öffnen Sie die Schleusen, um die unendlichen Segnungen zu empfangen, die das Universum für Sie bereithält. Jeder Atemzug ist ein Geschenk, jeder Moment eine Gelegenheit, das Wunder der Existenz zu feiern. Empfange mit Freude und Großzügigkeit alles, was ich zu bieten habe, und du wirst sehen, wie das Universum mit unerschöpflicher Liebe reagiert. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, vielen Dank, dass Sie dieser Botschaft bisher zugehört haben. Wenn diese Botschaft Ihr Herz berührt hat, bitte ich Sie, sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen, die in der Gegenwart des Herrn bleiben müssen. Wir haben die Mission, das Wort Gottes in die ganze Welt zu bringen und so eine wahre Armee zu bilden, die den göttlichen Heiligen Geist verteidigt. Ich kann auf dich zählen? Nochmal vielen Dank. Möge Gott Ihr Leben so sehr segnen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.